Mario Kart 80! Mario Kart 80! Vielleicht mit dem Rennbike? Oder... Was haben wir noch? Hier haben wir auch ganz gut ausgeglichen. Hyperbike. Haben ein bisschen mehr Tempo. Und ich glaube ein bisschen weniger Beschleunigung haben wir dafür. Probieren wir es einfach mal mit ein bisschen mehr Tempo. Ein bisschen weniger Beschleunigung. Vielleicht ist das besser. Wir können sogar noch mehr Tempo, aber... Oh! Hier können wir ausgleichen. Beschleunigung und Tempo. Probieren wir das mal so. Auf geht's zum Sternkapp! Der Sonnenflughafen. Mal gucken, ob wir hier durchstarten können. Okay, los geht's! Oh, das Bike, das driftet ganz schön. Und uns trifft direkt ein roter Panzer. Zwei grüne Panzer. Okay. Einer ist in unseren grünen Panzer reingefahren. Oh nein, nicht nochmal. Grüne Panzer. Ah, verdammt! Oh, roter Panzer. Und wir treffen uns mit unserem eigenen grünen Panzer. Und da ist Bowser schon wieder. Oh! Sehr gut! Und da war der blaue Panzer, der so uns sonst übertrifft. Oh nein, da gibt's einen roten Panzer. Ah, ich hab die Banane fallen lassen! Nein! Kurz vor Ziel, der rote Panzer wieder. Ich glaub's ja nicht. Okay, noch ist nichts verloren. Also, drei Sterne bekommen wir leider jetzt schon nicht mehr. Aber, vielleicht landen wir noch auf dem Treppchen. Ich will auf jeden Fall probieren, erstmal bei jeder Strecke auf dem Treppchen zu landen. So. Ah, fuck. Sie hat eine Banane gehabt. Jetzt. Ja, kurz. Sehr gut. Drei grüne Panzer. Zwei grüne Panzer. Zwei grüne Panzer. Ah, der grüne Panzer war nicht. Ah, verdammt, ich wollte, dass Bowser geschnappt wird, okay, wir haben eine Bombe, vielleicht, oh nein, 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 ich glaube, wir haben den roten Panzer irgendwie abgewehrt, ich weiß zwar nicht wie, aber, nein, die Banane, was, und sie hat uns noch mit dem grünen Panzer getroffen, wieder kurz vor Ende, Ah, Kopa war das, der Schlawiner, und wir sind dritter, zwei Punkte hinter Kopa und ein Punkt hinter Bowser. Ah, das ist schon schwieriger gerade, aber der goldene Pokal ist noch drin. Oh, no. Oh, wir sind ja erst da. Zwei Bananen als Verteidigung ist schon mal gar nicht so verkehrt. Oh, nein, roter Panzer, wir haben noch eine Banane zum Glück. Was? Wo kommt der denn her? Okay, letzte Runde. Die Banane hilft uns hier nicht weiter. Okay. Okay, zwei Turbo-Pilze. Oh, wir sind erst da. Das war wichtig. Das war wichtig. Und damit haben wir uns auf den ersten Platz hochgearbeitet mit drei Punkten Vorsprung auf Peach. Oh, auf geht's zum letzten Rennen. Es wird spannend. Die Abfahrt. Hier im Schnee ist es nicht ganz so angenehm. Okay. Oh, man. Wir müssen uns konzentrieren. Oh, die Bananenschale hat uns gerettet. Ah, die vielen Bäume. Bloß nicht dagegen fahren. Was? Was macht der denn da? Schieß den roten Panzer ab. Komm schon. Noch übermholt in der letzten Sekunde. Jawohl. Das war knapp am Ende. Okay, zumindest zweimal Erster sind wir geworden. Das ist doch schon mal was. Ich weiß gar nicht, ob es Eidenstern jetzt wenigstens gibt. Aber wir waren auf jeden Fall mit dem Bike. Aber wir waren auf jeden Fall mit dem Bike. Das war ganz schön rutschig. Ich weiß nicht, ob ich das in der nächsten Folge nochmal nehmen soll. Ah, es gibt keinen Stern, aber ein neues Fahrzeugteil. Sehr schön. Das heißt, wir können in der nächsten Folge mit einem neuen Fahrzeugteil an den Start gehen. Und haben jetzt hier schon drei goldene Pokale. Sehr, sehr schön. Aber ich denke, wir werden auf jeden Fall das Fahrzeug wechseln. Vielleicht bekommen wir sogar ein neues Fahrzeug. Aber das sehen wir dann erst in der nächsten Folge. Macht's gut, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.